hallo 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 einen wunderschönen guten abend wünsche ich dir einen wunderschönen guten abend montagabend 18 uhr der erste tag dieser wunderbaren woche hat den abend erreicht ok meine liebe ich würde mal noch mal ein bisschen licht ins dunkel bringen was erfolgreiche menschen anders machen und ja vielleicht magst du mal drüber nachdenken ob das auch was für dich wäre und zwar im prinzip ist es ganz einfach und auch so schwer weil erfolgreiche menschen machen alle gemeinsam 1 sie denken bewusst sie haben aufgehört sich denken zu lassen sie haben aufgehört zum großen teil gedanken tagsüber zu denken die sie nicht dorthin bringen wo sie eigentlich hin wollen denn wenn wir es uns ja mal nicht anders aneignen wir werden ja gedacht so diese unvorstellbare zahl von etwa 60.000 gedanken ich habe keine idee wie man da darauf kommt und ob das jemals schon mal jemand gezählt hat wahrscheinlich sind hochrechnungen eine unvorstellbare zahl von 60.000 gedanken schwirrt uns wohl tag für tag durch den kopf und von dieser unvorstellbaren zahl von 60.000 gedanken sind etwa 97 98 prozent völlig konstruktiv oder bringen uns nicht weiter oder ja sind eigentlich überhaupt nicht hilfreich so das heißt wo gilt es denn anzusetzen wenn du aus dem thema wo du gerade drin steckst wo du raus willst und seinen seelenplan entdecken willst und vielleicht schon ideen hast wo die richtung hingehen könnte und dann nochmal hin und her überlegt und nochmal so überlegt noch mal so überlegt noch mal so überlegt oder vielleicht bewusst gar nicht überlegt sondern die gedanken einfach fließen lässt wobei dann der größte teil ja meist noch nicht mal unsere eigenen gedanken sind sondern diese gedanken von diesen 60.000 gedanken das ist damit gemeint sind es ja ganz ganz viele dinge die uns durch den kopf schwirren im wahrsten sinne des wortes die überhaupt nicht unsere sind die wir einfach übernommen haben an glaubensmuster an prägungen vom mainstream vom außen von unserer umfeld von unserem umfeld aus der kinderstube und und tun das ist auch eigentlich wurscht woher die kommen aber mit unseren gedanken erschaffen wir uns nun mal im außen unsere lebenswirklichkeit deshalb schau mal ich möchte ich damit wirklich noch mal ein bisschen wach rütteln und ermutigen dass du wirklich jederzeit aus dem thema wo du gerade drin steckst rauskommen kannst das fängt alles hier im kopf mit unseren gedanken einfach an weil alle weltregionen egal wer zeichnen das thema menschsein aus drei komponenten aus körper plus geist für seele körper ist das was wir mit dem bloßen auge sehen was niemand von uns hier in frage stellt dass wir einen körper haben weil das können wir mit dem bloßen auge sehen geist ist ja wie nennen wir das ist es spirit ist so dass das überbewusstsein so das allwissende fällt jetzt mal so ein ausdrück vor und die seele das ist der teil des ganzen der in uns wohnt der körper ist der tempel in dem unsere seele wohnt und schau mal alles was da draußen entstanden ist das haus in dem du gerade hockst die kleider die du an hast wenn du dich in deiner wohnung umschaust die schränke das mobiliar alles ist erst mal mit einem gedanken entstanden irgendjemand hatte die idee auf das grundstück da bauen wir ein haus hin irgendjemand hatte die idee so und so könnte ein schickes kleid ausschauen irgendjemand hatte die idee so und so könnte eine küche ausschauen der gedanke war immer als erstes und das ist an ein gefühl geknüpft weil das hat sich für denjenigen der den gedanken hatte gut angefühlt beispiel in dem haus in dem du wohnst entweder hast du selbst gebaut oder beziehungsweise selbst entworfen dann hast du das grundstück gesehen hast eine idee gehabt das hat sich total gut für dich angefühlt das heißt die emotion ist dazu gekommen dann hast du alles weitere in die wege geleitet damit das haus entstehen konnte wenn du selbst nicht gemacht hast wenn du irgendwo in der mietwohnung wohnst oder eine eigentumswohnung also das haus nicht selbst gekauft nicht selbst gebaut hast oder vielleicht hast du es gekauft irgendjemand war ja mal da hatte die idee da kommt das und das hin hat sich gut angefühlt also mit dem gut anfühlen die emotionen und dann sind entsprechend die handlungen daraus erfolgt damit das zur lebenswirklichkeit werden wollte damit das hause eben auf diesem grundstück da steht und jetzt mit unserer lebenswirklichkeit jetzt im außen mit den umständen in denen wir leben also diese wirklichkeit die wir uns jetzt erschaffen haben ist auch alles aufgrund unserer gedanken entstanden also da in unseren gedanken fängt immer alles an dann kommt das entsprechende gefühl dazu dann kommen die handlungen dazu auch ein nicht handeln kann dann auch eine handlung sein denn wenn dein erster gedanke zum beispiel ist uns jetzt mal so runter zu brechen auf den punkt zu bringen die verbindung zu dem thema hier herzustellen wegzukommen von meisterhaften bauwerken in form von häusern der erste gedanke ist du würdest gerne deinen seelenplan entdecken es gibt bereiche in deinem leben die nicht so sind wie du sie dir aus ganzem herzen vorstellst erster gedanke dann ist er irgendwie diese gruppe hier über den weg gelaufen und ist denn die gruppe reingekommen und es hat sich ja auch irgendwie mal gut angefühlt sonst gehe ich mal davon aus wärst du nicht hier oder wenn es sich immer gut anfühlt bleibt ja auch überlassen die gruppe zu verlassen noch mal ja so und dann der nächste schritt ist dann auch irgendwie ins handeln zu kommen das heißt ins handeln zu kommen heißt auch eine entscheidung zu treffen ich gehe jetzt dafür ich entdecke jetzt meine lebensaufgabe ich erschaffe mir mein leben jetzt so nach meinem herzen ok und damit da aus dem aus der entsprechenden entscheidung auch ein handeln werden kann um entsprechende resultate im außen zu erzielen geht es natürlich auch darum einfach ins handeln zu kommen und was meine ich jetzt auch ein nicht handeln ist ein handeln wenn du hier weiter im übertragenen sinne in der starre bist und ich hier einfach nur inspirieren lässt dann kann sich natürlich im außen wenig verändern dann ist das eine form des nicht handelns im grunde genommen das heißt es geht eben auch darum dass du die entscheidung triffst ich will meinen seelenplan entdecken ich will meine seelenaufgabe hier finden meine lebensaufgabe weil ich es leid bin eine 9 to 5 job zu machen weil ich es leid bin am ende vom monat am ende des geldes dass immer so viel monat noch übrig ist weil ich es leid bin morgens zu einer gewissen uhrzeit aus dem bett zu hüpfen und nach der nase von anderen zu tanzen und mir meinen arbeitsalltag vorschreiben zu lassen weil ich es leid bin dass sonntags abend so ein mulmiges gefühl aufkommt wenn ich schon wieder an die arbeitswoche denke weil ich es leid bin dass ich tagsüber so viele dinge machen die mich eigentlich überhaupt nicht die boni interessieren und 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 du hast ja deine eigenen themen da wo du dich nicht so wohl fühlst wie du es dich gerne fühlen würdest wo du nicht im außen die lebenswirklichkeit vor findest die du gerne vorfinden würdest weihnachten steht vor der tür wenn du kinder hast wenn ich so an mich früher denke das war immer so ein spagat halt auch auf der einen seite gerne was kaufen zu wollen und auf der anderen seite immer so auf den preis zu gucken und es geht ja auch nicht darum das geld zum fenster raus zu werfen aber es gibt doch mal so hat dinge die wird man doch gerne mal machen und wenn es nur mal geht dass du an weihnachten vielleicht nicht würdest den ganzen tag gefühlt in der küche stehen sondern hast du einfach mal sagen würdest zu der kompletten family inklusive kinder und oma und opa wir gehen jetzt mal an weihnachten alle lecker zusammen essen dann habe ich auch was von dem abend und stehe netten ganzen tag in der küche dann lassen wir uns einfach gut gehen also finde deine eigenen dinge weil du dies oder jenes leid bist und da darfst du doch einfach und das möchte ich dir damit bewusst machen dass auch das in deinen gedanken anfängt hier im kopf zwischen den ohren wo sich diese gedanken abspielen dass du dir mal klar drüber wirst wie willst du es denn wirklich haben wie willst du es wirklich haben wie soll dein leben ausschauen und da ist erstmal der gedanke dann kommt das gefühl dazu dann darfst du entsprechend ins handeln kommen zum beispiel die entscheidung zu treffen ich gehe jetzt dafür und dann alle schritte dafür eben auch zu tun damit die lebenswirklichkeit auch eintreten kann und das ist letzten endes etwas das im prinzip alle erfolgreichen menschen die ich da draußen kenne die du auf deine art und weise kennst die haben sich dreiterin geübt wirklich ihre gedanken selbst zu denken selbst der chef im ring zu sein selbst die chefin im ring zu sein also irgendwann mal ein cut zu machen aufzuhören sich denken zu lassen und vor allem diese gedanken durchströmen zu lassen was der mainstream da draußen denkt das ist halt so weil ich kann das nicht ändern weil das machen ja alles so oder wenn es so einfach wäre dann würden das ja alle machen oder keine ahnung was auch immer das sind doch alles bitte ist doch eigentlich nicht deine deine eigene wahrheit du erschaffst dir deine wahrheit doch selbst und da geht es natürlich auch darum dass man ja darf aufhören zu denken was denken die andere von mir wenn ich jetzt da meinen eigenen weg gehe so wie du selbst denken möchtest und darfst und es dir auch erlauben solltest und darfst deine eigenen gedanken zu denken ganz nach deinem herzen so darfst du es auch anderen erlauben zu denken was sie wollen also lass dir das ein stück weit gleich sein gleichgültig sein dass andere von dir denken es ist doch letzten endes auch dein leben ok also schau mal da fühl dich eingeladen ich kann es dir ja nur als inspiration hier mitgeben beobachte mal deine gedanken wie sehr du dich bislang noch denken lässt beobachte wie sehr du dich bislang noch denken lässt und dann beginn das zu ändern beginn bewusst zu denken und zwar diese gedanken auszusenden die ich genau dorthin bringe wo du hin willst zu deinem seelenplan zu deiner lebensaufgabe zu deinem seelenberuf das gegnet von heute auf morgen das ist ein training und es geht auch am besten ja mit einer unterstützung zum beispiel natürlich auch durch mich wie du mit mir kontakt aufnehmen kannst das weißt du habe ich ja schon das öfter hier in der gruppe gepostet ich bin ja auch für dich da ich helfe dir ja auch da gerne und dann begibst du dich schritt für schritt auf den weg zu deinem herzen zu deiner lebenswirklichkeit in dem du anfängst dauerhaft anders zu denken diese gedanken auszusenden die da draußen entsprechend die realität kreieren die du selbst wirklich haben möchtest und damit kannst du jetzt sofort beginnen da musst du nicht warten bis morgen ist bis noch eine nacht drüber zu schlafen jetzt kannst du anfangen die frequenz auf eine andere zu stellen damit du mal die dinge in dein leben siehst die du wirklich haben willst und ja liebe christine und ja es ist nicht es ist im prinzip ist es einfach aber das thema ist da dran zu bleiben weil wir sind es ja so gewohnt je nachdem in welchem lebensalter du bist schon mal wie viele jahre denkst du denn schon so wie du bislang gedacht hast und das hatte ich ja dahin gebracht wo du jetzt gerade stehst und jetzt geht es ja darum in eine andere richtung dich zu begeben auf deinen herzensweg das geht nicht von heute auf morgen sondern so wie das andere zur gewohnheit geworden ist dieses sich unbewusst sich denken lassen so darfst du es jetzt schritt für schritt zur gewohnheit dir machen wirklich dauerhaft in eine andere richtung zu denken und wenn du den turbo da einschalten willst dann komm gern zu mir in die akademie und da bekommst du eine individuelle begleitung dass du deinen seelenplan rasch entdeckst deinen seelenberuf heraus kreierst und dir damit eben auch erlaubst Geld zu verdienen weil das ist das handling was ich dir da alles beibringe auf dem silbertablett auch serviere wenn du aufhören willst ja darum zu ich habe es bei mir immer rum zu dümpeln früher genannt als ich ja da auch noch auf der suche war ich weiß nicht wie es dir geht jetzt so langsam ende november anfang dezember da fängt man doch schon wieder an so ein bisschen das jahreby passieren zu lassen wie schnell war das ja jetzt im grunde genommen nochmal vorbei und schau mal was du dir für dieses jahr alles vielleicht vorgenommen hast und was letzten endes doch anders gekommen ist weil du dich nicht so zu 100 prozent committed hattest in diese richtung auch zu gehen die du dir eigentlich vorgenommen hast und dann ist doch jetzt der zeitpunkt da zu sagen hey jetzt mache ich endlich mal einen cut jetzt begebe ich mich auf den weg entdecke wirklich mal meinen seelenplan verändere wirklich mal die dinge in meinem leben weil die lebenszeit und mein leben das ist das wertvollste was ich habe neben familie meinen kindern mein mann und dann starte ich 2020 durch damit ich nächstes jahr um diese zeit und wie schnell ist es nächstes jahr um diese zeit zurückblicke und sage ja bin jetzt definitiv einen anderen punkt in meinem leben nämlich da angekommen wo ich wirklich hin will und jetzt geht es noch weiter in die andere richtung weil nach oben sind keine grenzen gesetzt auch für dich nicht okay also nutzt dieses geheimnis die kraft der gedanken was eigentlich gar kein geheimnis mehr ist ich bin jetzt bestimmt nicht die erste dabei die erste die dir davon etwas erzählt hat nimm es mal auf und setzt es um um dich endlich auf deinen herzensweg zu begeben mit deinem seelenplan mit deinem seelenberuf um dir das leben zu erschaffen so wie du es wirklich haben möchtest wovon du mal geträumt hast erlaub dir wieder groß zu träumen okay alles liebe